Leute, Gerüchte oder Hoffnungen um den Release von GTA 6 gibt es ja schon lange, lange, lange. Es ist jetzt vor ein paar Tagen etwas aufgetaucht, wo keiner so richtig sicher ist. Ist das eine KI-gesteuerte Sprachnachricht gewesen, aber es sind Aufzeichnungen aufgetaucht über den Chef von Rockstar Games, wie er darüber spricht, wann der Announcement-Termin ist, also der Launch-Trailer wahrscheinlich rauskommt zu GTA 6 und auch der Release, welcher Monat, in welchem Jahr, natürlich wie immer, das kann wahrscheinlich keiner mehr hören, wann kommt das Spiel raus und die nächsten Leaks und die nächsten Gerüchte. Ich greife es trotzdem auf, weil es vor ein paar Tagen durchgesickert ist, wie gesagt, eine Sprachaufzeichnung. Ich habe sie schon gehört, sie klingt sehr, sehr realistisch, sehr echt. Ich spare mir das für hier. Ich zeige euch lediglich den Screenshot, der verrät, dass der Reveal-Trailer am 23. Oktober 2023 kommen soll. Wir feiern ja jetzt in den nächsten Tagen auch den 10. Geburtstag von GTA 5. Das könnte also passen. Manche gehen davon aus, dass sogar am 10. Geburtstag von GTA 5, was jetzt wirklich in den nächsten, ich glaube, 3-4 Tagen oder so, soweit sein müsste. Genau habe ich das Datum jetzt nicht im Kopf. Einige denken auch, dass da der Release-Trailer zur Überraschung mit rauskommt. Gehen wir aber eher davon aus, dass es später passieren wird. Ich habe auch schon den November 2023 für den Release-Trailer gehört, aber das ist jetzt quasi das neueste Gerücht vor wenigen Tagen. 23. Oktober dieses Jahr der Reveal-Trailer. Und das Spiel soll im Oktober exakt ein Jahr nach dem Reveal-Trailer rauskommen. Oktober 2024. Natürlich genießt es mit Vorsicht. Ich weiß, dass nicht jeder Freund davon ist, wenn man irgendwelche Leaks aufgreift, was den Release zu GTA, gerade für GTA, dieses langersehnte Spiel, da ist nicht jeder Freund von, wenn man da solche Release-Leaks aufgreift, wo man dann wieder hofft und wieder wird man enttäuscht und so weiter. Da müssen wir einfach mal abwarten. Leute, was sagt ihr? Echt, nicht echt? Ich warte es einfach mal ab zu der Sprachnachricht. Googelt einfach mal nach diesem Text hier. Googelt einfach mal, dass es da eine Sprachaufzeichnung geben soll vom CEO von Rockstars. Werdet ihr wahrscheinlich auf YouTube oder so irgendwo fündig. Ich wollte es hier einfach weglassen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao. Ciao.